Alles klar, legen wir los. Die letzte im Dino-Park. Dann ist das Dino-Camp endlich fertig. Okay, und fertig. So, das sollte halten. Jetzt kann ich die Dinos von überall sehen. Kleiner, was machst du denn hier? Du hast mich so erschreckt, ich wäre hier beinahe von der Leiter gefallen. Hätte böse enden können. Okay, wow. Wow, du gehst mir schon fast bis hier. Bist ja richtig gewachsen, Kleiner, und wirst immer größer. Wir brauchen einen größeren Park für Riesen wie dich. Warte mal kurz. Wolltest du von diesem Baum hier fressen? Von dem kannst du aber nichts fressen. Es ist Mitte Januar, da hängt kein einziges Blatt am Baum. Okay, Kleiner? Du musst da rüber gehen und vom Dino-Futter fressen, das Parkranger Obi gestern für dich hingestellt hat. Mann, ich wundere mich, wo Parkranger Aaron steckt. Wo ist der nur hin? Ist der das da drüben? Oh, apropos Parkranger Obi, da ist er endlich. Ich rede mit ihm über das Dino-Camp. Wow, Parkranger Aaron, wofür brauchst du die Leiter? Oh, hey, Parkranger Obi. Ja, ich war auf der Leiter, weil ich die letzte Kamera im Dino-Camp installiert habe. Oh, yeah. Die Systeme sind jetzt einsatzbereit. Und wir können die Dinosaurier von jedem Ort im Park aus beobachten. Das wird cool. Oh, ja. Also, wo ist der? Oh, der Monitor, der kleine portable Bildschirm. Der ist im Dino-Headquarter. Wollen wir hingehen? Ja, aber klar. Na, dann los. Los geht's. Haha. Uh, es wird schon spät. Wir sollten besser... Was? 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 Oh, sieh dir das an. Sieht aus wie Klauenspuren. Ja. Vielleicht sind es Dinosaurier-Klauen. Was denkst du? Was könnte das gewesen sein? Hm. Was meinst du? Frische T-Rex-Klauenspuren. Nein, das war kein T-Rex, denn T-Bone ist doch ganz weit weg hinten in seiner Koppel. Also, ich denke nicht, dass er das getan hat. Wer weiß schon, was hier nach so... Vielleicht ist es von Mami-T-Rex. Die mysteriöse Mami-T-Rex. Ja. Die wir noch nie zuvor gesehen haben. Lass sie uns aufspüren. Du hast recht, wir müssen sie finden. Aufspüren, aufspüren. Ich hab's. Wir nehmen einen der Verfolger Schlummerdarts. Oh, ja. Komm schon, wir gehen rein und holen ihn und spüren Mami-T-Rex auf. Okay. Okay, rüsten wir uns auf. Bereit machen zum Aufspüren. Mützen auf. Yeah. Yeah. Bereit? Yeah. Los geht's. Finden wir Mami-T-Rex. Immer einsatzbereit. Ab in den Dino-Nator. Okay. Yeah. Warte, 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 halt, halt, stopp. Warte, warte. Sie könnte gefährlicher sein als T-Bone. Oh, ja. Das könnte ein wirklich gefährlicher T-Rex sein. Ähm, okay. Wir sollten fähig sein, uns zu verstecken, wenn wir dort draußen im Dino-Nator... Kamouflage! Was? Oh, ja. Kamouflage. Das ist eine gute Idee. Und hopp. Hm, na ja, fast. So, wir haben's. Alles klar. Hey, hey. Das ist ziemlich cool, Mann. Das wird den Dino-Nator perfekt tarnen. Ja, aber wir brauchen noch Kamouflage an uns. Ja, also ich bin doch ziemlich grün hinter den Ohren. Haben wir noch Kamouflage? Yeah. Oh, ja. Aber das blaue Handtuch wird nicht funktionieren. Ja, das würde draußen aufweilen. Fülle dich gut darin ein, okay? Nehmen wir ein paar von den Wäscheklammern. Ich brauche noch eine. Alles klar. Ja. Bereit? Ja. Okay, lass uns Mami-T-Rex finden. Hier, vergiss nicht deinen Schummernabblaster. Und schön anschnallen. Okay, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Volle Fahrt voraus. Wuhu! Wuhu! Ah! Okay. Du hältst Ausschau, ja? Natürlich. Also, ich sehe nichts. Und, wie sieht's aus? Hm, noch immer nichts. In welche Richtung sollen wir jetzt? Ähm, da lang. Da lang? Ja. Gut, dann da lang. Halte gut Ausschau. Okay. Sie muss da irgendwo sein. Warte! W-w-w-was? Was ist? Ach doch nichts. War bestimmt nur ein Gürteltier oder so. Halte die Augen offen. Okay. Sind offen. Ja, gut so. Oh-oh. Sieht so aus, als wäre der Weg hier zu Ende. Weiter kommen wir mit dem Dinonator nicht. Wir müssen raus und weiter zu Fuß gehen. Komm schon. Da lang. Hä? Was war das? Was? Was war das? Ich hab was gehört. Klang wie ein Brüllen, oder? Ja. Hey. Was ist das? Der Baum da drüben. Sieht aus, als hätte was davon gefressen. Ja. Oh, was ist das? Ja, was ist das? Oh. Wow. Wow. Sieh dir diesen riesigen Zahn an. Ja. Das ist definitiv ein T-Rex-Zahn, oder? Ich denke, der ist von Mami T-Rex. Ja, muss er sein. Also ich glaube, Mami T-Rex ist da lang. Oder sie ist da lang. Nein, nein, sie ist bestimmt da lang. Nein, ich sag dir was. Wir teilen uns auf. Du gehst dahin, ich geh da lang. Dann sehen wir, wer sie zuerst findet. Achte auf die Umgebung, dass sich nichts an dich heranschleicht. Komm her, Mami T-Rex. Wo bist du, Mami? Ja, ich entsichere besser den Schlummer, das Blaster hier. Wow. Ich wette, sie ist da lang. Großer Schritt. Okay. Hm, das ist eine ziemlich gute Lichtung. Gleich hab ich dich. Dachtest wohl, du könntest dein Baby auf uns loslassen, ha? Nicht mit uns. Oh, warte mal. Ich glaube, ich bin da. Sie ist direkt da drüben. Okay, Mami T-Rex, mach dich bereit. Okay, ich hab einen Verfolgerschlummer-Dart für dich. T-Rex, wo bist du? T-Rex? T-Rex? Oh, T-Rex. T-Rex. Bereit, Mami T-Rex? T-Rex? Ich zähl bis drei. Eins, zwei, drei. Oh, Mann. Sie ist nicht da. Oh, der T-Rex hat den komplett abgenagt. Oh. Sie ist ganz nah. Ja. Ich sollte auf Spuren machen. Spuren, Spuren, Spuren. Ah, die Camouflage bringt überhaupt nichts. Runter damit. Spur? Nein. Irgendeine Spur? T-Rex! Okay, mal sehen. Was war das? Park Ranger Obi, du hast Mami T-Rex gefunden. Das klang wie ein Brüllen. Bitte komm, Park Ranger Obi. Park Ranger Obi, bist du da? Noch einmal. Oh, hey. Fast vergessen. Der Dino-Camp-Monitor. Da ist er. Er hat sie tatsächlich gefunden. Oh, oh. Das sieht nicht gut aus. Ich muss zu ihm. Da geht's lang. Ich muss mich beeilen. Ich komme, Park Ranger Obi. Halte durch. Bin fast da. Obi, wo bist du? Ich glaube, er ist dort. Okay, ich komme, Obi. Alles klar, Park Ranger Obi. Ich komme, ich komme, ich komme. Hier muss er gewesen sein, weil da oben auch die Kamera hängt. Aber alles, was ich sehe, ist dieser Stein. Hey, dieser Stein hat Schuhe an. Tja, ich glaube, dass Park Ranger Obi weggelaufen ist, aber das macht er doch nicht ohne Schuhe. Okay, wo steckt er nur? Ah! T-Rex! Park Ranger Obi! Der T-Rex ist weg! Hey! Warum rennst du denn weg? Der T-Rex ist... Park Ranger Obi! Der T-Rex ist... weg. Okay. Schätze, ich muss ihn alleine finden. Okay. Ich bin sicher. Mami, T-Rex ist hier lang. Ich hoffe, Park Ranger Obi hat es sicher ins Headquarter geschafft. Komm schon, T-Rex. T-Rex. Du bist hier, ich weiß es. Was war das? Klang wie ein Brüllen. Da vorne ist die Straße. Komm her, T-Rex! Oh Mann! Ich sehe Mami T-Rex einfach nirgendwo. Ich hab sie verloren. Die find ich nie wieder. Hey, warte mal. Was war das? Es ist Mami T-Rex! Und ich kann dich immer mit der Dino-Tracker-App sehen. Mal sehen, ob's funktioniert. Okay, los geht's. Los geht's. Oh yeah! Da ist sie! Und sie bewegt sich weg von mir. Super, es läuft. Alles klar, Mami T-Rex. Jetzt weiß ich, wo du bist. Ich muss zurück und Park Ranger O.B. im Headquarter treffen. Okay, bis dann! Akium 2. Hahaha. ja